Servus, bis zumal und hey, bei eurem LSD-EVA. Ich begrüße euch hier in Belfield 1, Belfield 1, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Wir sind hier im Rush-Modus, bisher weil wir sind noch im Ladescreen, aber ich möchte euch schon mal hier begrüßen. Und Rush, ja, ganz einfache Sache, Bomben legen, warten bis explodieren und ab geht's zum nächsten Punkt. Gut, ja, das ist zu dem und heute zu diesem, ich bin beim, ich habe mir den jüdischen Verdienstort eigentlich schon längst verdient, ja, aber Belfield hat sich gedacht, naja, den lässt du noch ein bisschen zappeln und deswegen nochmal die Medaille, keine Ahnung, warum das letztens nicht gezählt hat, als ich 30.000 Fahrzeuge zerstört habe in einem Match, aber naja, ich habe mir die ausgewählt und zwar, ja, 10 Fahrzeuge zerstören, kampffähig, wie auch immer, werde ich jetzt. Machen, Battle Packs, haben wir schon einige rausgeschnuppelt, habe ich schon einige bekommen und, ja, werde ich euch mal zeigen, was ich für eine tolle Waffe, ich habe, huhuhu, ähm, oh Team voll, super, ich erstelle mal ein neues. Und zwar habe ich diese, ähm, 1916, selbst klar, da ruppelt die Katz und das sieht das ganze so aus, der Kanzler, ich bin nämlich das neue Kanzlerwister, mich können wir nämlich auch wählen und so, nee, können wir nicht. So, ähm, 1911, genau, die haben wir jetzt erstmal wählen, einen schönen Sunny, gib ihm und dann geht's scharf. Natürlich ein bisschen medium, geil, dass ich jetzt in keinem Squad bin und hier höchst professionell im Team arbeiten kann, aber das ist erst mal dahingestellt, ich kann auch andere Menschen wiederbeleben, wenn sie meine Hilfe brauchen. So, oh, ich sehe Tanks, alles klar, dann sehe ich auch böse Menschen, auch klar. Okay, dann überlege ich, ob ich jetzt echt auf Sturmsoldat umwechsel und dann echt hier versuche, ähm, warte, und versuche, da die Tanks zu zerstören. Oder halt, ob ich einfach so weitergehe als Sunny und da so ein bisschen, ja, so ein bisschen was töten tue. Hinten war er, ne, habt ihr den gesehen? So, ein Schlingel. So, äh, ach nee, wir müssen verteidigen, müssen wir. Bist du Kumpel? Ja, du bist Kumpel. Ähm, okay, dann schießen wir die Typen hinten ab. Ein Pferd, die hoppel, die hopp. Ja, dann mach auch mal tot. Ja, verteidigen. Kriegen wir hin, oder? Ähm, Gas ist medium geil. Das wollen wir nämlich echt gerade nie haben. Aber wir können so ganz, ganz eindeutig da ein Gasangriff erholen, indem wir uns verbinden. Das ist doch logisch. Oh, 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 oh. Hände in die Luft und, äh, ne, Hände in Bewegung und Füße in Bewegung und weg. So. Habe mir überlegt, geht schon das Geschütz ran, möchtest du? Bist du durch, bist schon ein offenes Ziel, echt? Bist ein bissl ein offenes Ziel. Aber das Geschütz geht schon durch ab, ich probiere es einfach mal. So, haben wir hier irgendwo was? Da ist der Inner. Oh, das war zu weit. Das war zu weit. Ich hab, das Ding hat zu viel Bums, eindeutig. Zack, das war's mit dem. Mit dem Speer. So, noch mal einer. Dort oben. Ach, das war wieder zu kurz geschossen. Das ist, da muss man sich echt ein bissl dran gewöhnen. Ah, da ist er noch. Wer kommt da her? Ist okay. Hey. Au. Und ein großer Tank. Gut, den werden wir jetzt abschießen. Dafür sind wir ja eigentlich da und nie auf irgendwelche Soldaten zu schießen. Obwohl die mich ganz schön abschießen wollen dort oben. Na gut, noch bin ich nicht. Oh, ich hab 4 HP. Ich soll vielleicht mal. So, mach. So, warte. Tank. Kommt eigentlich. Ist er noch out of range. Alles klar. Und ich bin jetzt tot. Na gut. War auf jeden Fall spaßwert. Der hat die Position gewechselt, um mich von der Seite zu kriegen. Sei ihm doch mal gegönnt. Sag ich mal. Sei ihm doch mal gegönnt. So, 20 Leute haben die noch. Och, Gott dammit. Das ist eigentlich wenig, ne? Das ist eigentlich wenig. Aber, ihr seht, es geht schneller als, als ich gucken kann, es bis dort. Und dann haben sie mit dem Tank dich überrannt. Und dann war es das. Hallo. Lass mich mal bitte in Ruhe. So, ne. Die alten Früchteteig-Batzen. Hallo. Ich hab euch gar nichts getan. Soll ich es nochmal probieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nochmal. Ich probier es nochmal. So. Au. Nein. Ah. Man ist defensiv ein Ziel. Man ist defensiv ein Ziel. Aber ich hab so doofel Gegner. Es sind nur Sniper. Sollst du machen? Sollst du mich abschließen? Ist okay. Ja. Aber im Rush-Sniper-Spielen ist einfach medium geil. Klar. Die töten jetzt die Position angeschützt, weißt du. Aber. Es bringt ihnen im Prinzip nicht viel. Jetzt sind sie wieder von rechts. Und. Oh. Bringt doch was. Stirbt. Nein. Nee. Ich. Ach nö. Warum bin ich gestorben? Leute. Das ist nicht gebannt gewesen. Haben die jetzt echt? Nee. Alles kommt, Leute. Defuse das Ding. Defuse the bomb, dudes. Ich komm auch mit hin. Mit meinem Einwandsquad. Na toll. Ähm. Okay. Dann. Geht's jetzt retour. Ah. Rückzug, Leute. Rückzug. Ich schwamm mich jetzt hier hinter den. Berg, hier ist schön. Guck mal, ich seh ich so schön. Ich kann agieren. Ich hab mal so ein Sunny Ding hinter dem. Und jetzt geht's los. Kommt her. Kommt her. Na komm. Oh, jetzt kommt. Jetzt kommt der Stürmchen auf. Ein Stürmchen. Oh, oh. Ich hör's. Ich hör's auch. Wo ist das? Da war er doch. Oh. Ah. Mutti. Seht ihr irgendwas? Ich seh gar nicht. Und Wachposten. Na klar. Nein. Oh, ich bin doch aufgestanden. Habt ihr es gesehen? Das war unglücklich. Unglücklich gelaufen für mich. Ja, ich bin aufgestanden und der hat mich geschossen. Das hatte ich schon mal. Gestern im Match mit Flammenwerfer bin ich am Start gewesen. Übelstermaßen. Ich um die Ecke gesprintet, wollte mich übelst hinlegen, wirst du? Und das dauert es mal zehn Minuten. Und ich hab gesagt, alter, geht im Liegen, die mit dem Flammenbierer zu schießen? Äh, zu flammieren? Ne. Bin ich viel aufgestanden. Da hat alles 20 Sekunden gedauert und fünf Leute vor mir stehen wollen. Du bist natürlich direkt, alter, nein. Hättest du mal treffen können. Verdammt. War ja, du bist direkt heim? Hö? Wo ist denn der jetzt hin? Au! Ach ja. Haha. Hab ich getroffen. Zack. Helmwister, Kollege. Ja, ich check hier die Position ab, weil es kommt ja mal ein Tank vorbei. Aber zur Zeit nicht. Egal. Geh mal. Lalalalalalalala. Wir sind beide füßen, Leute. Das sieht nicht gut aus. Oh, das sah auch schön aus. Schön, ein Panzer zerstört. Oh, herrlich. Wo ist denn der Hintertank? Und zwar, stoße dort. Hätte ich, wäre ich mal ein Squat hier, Leute. Könnte ich schon noch rechts fahren. Ne. Toll, super. Ah, los. Tankzerstörer ist hier. Oh, ja. Tod skal. Beyre. Ich. Ja, die ist auch dran. er ist bei holz ich wollte mich verordnen ich wollte gerade noch ich wollte gerade noch da kommt ein tank alter alter nehmt es zu tabletten und das war's komplett heim scheiße aha ich war ja durch leise eigentlich habe ich schon gar nicht so schlechtes ziel verfolgt den tank habe ich immer angehittet jetzt habe ich meine tank leute ich habe einen tank ja ich habe so ein ding und zwar da ist ein stärkerer motor drin das heißt der kann ein bisschen schneller fahren ich hoffe das macht er auch dann habe ich so ein notfall reparatur kit dabei und so sachen halt mal gucken über den berg komm ich mal das ist gut so jetzt gebt mir mal ein paar ziele hier leute das war mal das sollte eigentlich auch mal was werden aber das sollte eigentlich auch mal was werden kam ja das ist ein tank habt ihr auch gesehen na gut ähm was will ich denken gehen und schön hier x können wir ja gar nicht mehr verlieren so von innen sieht man echt nicht so viel sehr das muss ich erstmal ein stück hier runter fahren und dann kann ich nämlich so machen alter nehmt ihr alle tabletten wie ist das dein ernst hier unten oder was oh 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 wie ist das dein ernst lass mir doch mal mein tag in ruhe was ey von überall ich brauche ein bisschen unterstützung hier was ist denn los mit dem score ich habe den squad warum habe ich den squad warum sind alle tot da steht trupp voll und ist das einfach nicht andersweise voll super ihr wollt mir einfach nicht bei mich haben geht es einfach zu scheiß typen jo 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 lass mich erstmal hier hin irgendwie meine herren ich bin normal gesporn so jetzt jetzt aber jetzt ist aus und vorbei so zack 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 und zack super wuh feiere ich grad wie du uns hier überraschen das hat doch schon eine sache ne aber ich wollte noch mal die ganze map zeigen deswegen deswegen super 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 raus damit zack 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 war eine idee wert hätte eigentlich klappt können aber ihr seht es ja was draus geworden ist jetzt bin ich schon wieder zurück also was soll ich denn am besten spielen ich weiß es nicht als verteidiger sniper nehmen wir nochmal nehmen wir so ein gewehr was nie wirklich was mit sniper zu tun hat sondern einfach nur mit repetiert dingens wir haben uns hier rein in diese tolle kanone haben wir noch an ohne 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 spiel um so einer kam aus was was war das war das eine artillerie oder was wort war das eine artillerie oder war das eine artillerie oder der tank der trainer i don't know was denn jetzt los ich spawne im nebel des totes finde ich nicht schön ah das ist kumpelnebel alles klar war das was wo war das eine artillerie oder machen wir jetzt die sonst völlig überraschen völlig überraschen ja völlig völlig überraschung der erste hat man fast gehabt ist also den ersten der erste station was grimmel grimmel ich will doch spawnen lass mich doch spawnen es gibt keinen rückzug gibt es nur noch angriff na was guckste typ von daher mit einer scheiß sniper ich brauche kein visier ja ich gucke durch kim und grund natürlich abschießen ich brauche nicht zum anvisieren kollege doch brauche ich der bau ist super leute erfahrt mich an ich brauche unterstützung bis zum montag kummel denkt alles klar werden gerade das ferngeritten das ist cool letzter schuss kommt wird eben das so angezeigt wenn es klingt klingt macht so klingen alle 14 schaden macht das an dem panzer wagen 14 schaden einem antilleriepanzer also was ich war hinter dem komischen ding war ist das euer ernst ich habe euch ich habe vor zwei leuten hier unter grünen gesagt das sniper spielen und effektive sind rush ja und ihr menschen nur draußen als gegner tut einfach sniper und gewinnt das ding hier ist das euer scheiß ernst ist das euer scheiß ernst zack tot warum habe ich ein wenig was maske nein ich werde nein wir werden nicht verlieren werden nicht verlieren hoch motiviert geht es jetzt in den kampf die musik kann so lange kommen wie sie möchte zack eben der typ noch jemand fragen hier so es geht an das ding ran mach hier eier was los lieber scheiß sniper du jetzt kommt ja nichts mehr ran hilfe 10 der skill find ich gut getroffen krass hätte ich nicht gedacht also war das geplant so ich gehe mal hier hoch gucken ob ich überlebt aaaah hm war klar war klar war komplett klar wir haben was passendes dagegen und zwar das schon mal ein tank im spawn machen wir brauchen selber der tank kommt weg egal was es kostet nur da guckst der kollege scheiße war es mit einem kack tag so flugzeug kein problem wollte ich runter ja dann da noch so eine aktion sollte man eigentlich rein theoretisch vielleicht mal die waffen wechseln soll ich mach es mir noch sniper also auf 4 wir halten das dinge wir halten das wir halten was geht hier ab alter was ich sehe gar nicht durch ich spawne niemals oder ey super lass mich hier raus das wird doch nicht mehr hier braucht mich hier überleben ich spawne jetzt woanders wo aus ey oder ne ich spawne ne ich spawne die müssen dort hoch das kommt es aber nicht das kommt es aber nicht aber entschuldigung wenn ich so ein bissl mit meiner stimme so klinge als würde ich ohne nase atmen aber irgendwie hab ich noch ein bissl erkältung so warte mal ok dann bin ich assi 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 aber die fangen wir jetzt einfach aus hier oben die fangen alles aus was ist das hier oben ey ist das euer ernst alter schwede alter schwede ist das dein scheiß ernst ein bisschen von unten kommen die jetzt abschießen sehr gut sehr gut noch jemand haben wir haben wir können auf räumen aber eh noch mal oben wer ist kurs davor die sind auf dem dach Was? Oh, Dynamit. Ein Dynamit-Weixer. Ich weiß es nicht. Was? Alter. Das ist definitiv WTF hier. Letzte paar Meter. Liebste Stress machen. Na, hier oben mit dem Flambieren kommt er hoch. Alter. Ein Unfall. Was ist hier los, ey? Das ist so unklar. Na, komm, geht hoch. Alle hoch. Tut jetzt oben runter vom Dach. Leute. Bin ich der Einzigste, der da irgendwie so ein bisschen... Oh, oh. Jetzt haben wir geweibed. Oh, oh. Jetzt haben wir ihn. Oder? Ich schaue nochmal in den Nid rein. Ist das überhaupt das Haus? Ich hoffe. Nee, ist es gar nicht. Hier oben. Oh, das ist schwer. Hat er geschafft, wurde. Boah. So, schnell hoch. Eingreif. Was hat er uns? Oh, nein. Wir haben es doch fast geschafft. Leute. Nee, das war's. Alle tot. Das war's. Ja. Also so, Leute. Geht's schon mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. So eine kleine Runde. Und eine stückliche. Und... Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat. Auch wenn wir verloren haben. Ja, man muss noch verlieren können. Man muss... Man muss nicht immer gewinnen können. Man muss auch mal wirklich... Verlieren ist das Schwere. Gewinnen ist leicht. Verlieren ist schwer. Gut. Mit den epischen Worten sag ich mal Auf Wiedersehen. Und werden noch mal kurz gucken. Was wir so am Ende der Runde so gemacht haben. Vielleicht haben wir ja gar nichts hingekriegt. Battlepack abruf. Oh, oh, oh. Vielleicht haben wir ja jetzt. Komm. Ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Los, los, los. Tu es, tu es, tu es. Nee. Gut. Punktgestand. Ähm. Eben, 36. Oh Gott, oh Gott. Wollen wir uns gleich angucken. Wollen wir uns gleich angucken. In diesem Sinne würde ich sagen. Bis nächstes Mal. Euer Steve Penny. Tschüssi. Rubrikats.